Ja hallo, mein Name ist Andreas Wutte, ich bin kein Artist, ich bin Kabarettist. Ich jongliere nur aus dem Grund mit Obst, weil ich Aufmerksamkeit benötige. Ich habe nämlich eine große Ankündigung. Jetzt höre ich damit auf, weil diese Ankündigung ist einfach zu wichtig, um sie zu verblödeln. Ich spiele mein Solo-Kabarettprogramm, mein Debütprogramm, reine Gedanken, am 25. Jänner 2024 in der Papierfabrik in Klein-Neusiedel. Super coole Location, ich war schon einmal dort. Es würde mich voll freuen, wenn ganz Klein-Neusiedel, Krammert-Neusiedel, Schwächert-Fischermänt und alle Menschen, die in der Umgebung wohnen, am 25. Jänner zu mir, zu meinem Auftritt in die Papierfabrik kommen würden. Es sei Donnerstag, vielleicht sehen wir uns. Ciao!